Warum kann sich ein Montag wie ne Woche ziehen? Warum will denn ein Dienstag einfach nicht vergehen? Der Mittwoch ist noch schlimmer und glaubt, er bleibt für immer. Erst am Donnerstag ist langsam lang zu sehen. Wir halten durch, weil in uns ein Feuer brennt. Ein Feuer, das sich Wochenende nennt. Die Gläser hoch, das ist unsere Zeit. Die Gläser hoch, es geht schnell vorbei. Lass uns zusammen durchs Wochenende ziehen. Bereit euch denn der Pontag, wird jeder wieder eigene Wege gehen. Jetzt ist Freitagmorgen, nur noch ein paar Stunden. Ein paar Stunden, die sich wie Tage ziehen. Einstein hat gesagt, die Zeit ist relativ. Und Freitag scheint sie langsam zu vergehen. Wir halten durch, weil in uns ein Feuer brennt. Ein Feuer, das sich Wochenende nennt. Die Gläser hoch, das ist unsere Zeit. Die Gläser hoch, es geht schnell vorbei. Lass uns zusammen durchs Wochenende ziehen. Behalt euch denn am Montag, wird jeder wieder eigene Wege gehen. Die Gläser hoch, das ist unsere Zeit. Die Gläser hoch, es geht schnell vorbei. Lass uns zusammen durchs Wochenende ziehen. Behalt euch denn am Montag, wird jeder wieder eigene Wege gehen. Die Gläser hoch, das ist unsere Zeit. Die Gläser hoch, es geht schnell vorbei. Lass uns zusammen durchs Wochenende ziehen. Gehalt euch denn am Montag, wird jeder wieder eigene Wege gehen.